Willkommen zum Videoblog des TSV Handschussheim. Heute ist bei mir Florian Stockert, der dritte Reihe Stürmer der ersten Mannschaft. Florian, es war ein sehr enges und gutes Spiel gegen Neuenheim. Wie schätzt du das Spiel generell ein? Wir hatten nach dem Frankfurt-Spiel unsere Ambitionen nicht unterstrichen. Wir wollten auf den DRV-Pokal angreifen. Das Ergebnis spricht nicht die gleiche Sprache wie der Spielverlauf. Dennoch haben wir eine deutsche Pleite eingefahren und sind sehr konzentriert in die Vorbereitung für dieses Spiel eingestiegen. Die Derbys gegen Neuenheim sind natürlich auch immer eine ganz spezielle Sache. Da sind viele Emotionen dabei. Es kamen einige Leute zurück und so konnten wir das Spiel ausgeglichen und gestreiten. Ich denke, alle Zuschauer waren froh, dass sie rausgekommen sind. Und 50-50. Die Neuenheim hatten vielleicht das gewünschte Glück dieses Mal. Woran muss jetzt angeknüpft werden, um bei dem nächsten Derby gegen die RGH dem Gegner noch ein bisschen gefährlicher zu werden? Also die Konzentration diese Woche im Training, die habe ich die komplette Saison noch nicht erlebt. Wenn so weitergemacht wird, dann ist alles drin für den DRV-Pokal. Aber dann muss eben weitergearbeitet werden, nicht immer nur für das Neuenheim-Spiel. Florian, für dich persönlich war das auch ein sehr emotionaler Moment. Es war dein letztes Spiel im Lions-Park nach 15 Jahren beim TSV. Wo wird es für dich weitergehen? Was wird passieren? Ich habe es trotz Rugby geschafft, Bauingenieur zu stehlen in Karlsruhe. Ich habe ein Jobangebot bei einem Immobilienentwickler in Hamburg bekommen. Da wird es mich jetzt erstmal hinverschlagen. Ich bin da deutschlandweit viel unterwegs. Ob ich dann hier in der Nähe bin zum Trainieren, das wird sich zeigen. Aber würde ich mal nicht drauf hätten, leider. Was war denn dein schönstes Erlebnis bei und mit den Löwen? Natürlich die Liga-Pokalsiege, der DRV-Pokalsieg. Aber eigentlich immer, wenn wir da unten in der Kabine stehen, alles gesagt ist. Und gerade die Heimspiele, wenn wir dann da hochlaufen, da sind alte Trainer, alte Mitspieler, Leute, deren Erbschaft man angetreten hat. Das ist einfach etwas ganz Besonderes, wenn man weiß, für die Leute bedeutet es viel. Und ich hoffe, ich werde auch eines Tages oben stehen können. Man merkt ja schon, dass der TSV mehr als nur ein Verein ist und für viele Spieler auch immer sein wird. Das ist jetzt deine Chance, einige letzte Worte an die TSV-Gemeinde hier vor der Kamera erstmal zu sagen. Bitte Florian. Also vielen Dank an alle, für alles, an die ganzen freiwilligen Helfer, ohne die das nicht möglich wäre. Wir haben zwei Mannschaften, eine in der zweiten Bundesliga, was ich hoffe, ich trete jetzt niemand auf die in den Schlips. Andere Bundesligisten nicht haben, andere Restligisten. Und es wäre bei unseren Mitteln einfach nicht möglich an den ganzen freiwilligen Helfer. Danke an alle, ich bin nicht aus der Welt und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im Leihenspark. Vielen Dank für deine Zeit, Florian. Vielen Dank für dein Engagement im Verein und für alles, was du jemals dem Verein gegeben hast. Dankeschön. Dankeschön.